Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, ein Gedicht, das ziemlich gut umschreibt, wie ich als extremer, sektierer, heretiker, Parteimensch vor 30 Jahren dachte. Wir ganz allein sind's, die die Wahrheit tragen, uns ist die rechte Lehre anvertraut und ganz allein gebührt deshalb der Segen, weil wir allein auf Felsengrund gebaut, wir ganz allein sind's, die in seinem Namen das Wort Recht teilen, gut und fest und treu, wir ganz allein sind's, die zusammenkamen, wie zu Apostelzeiten schriftgemäß, ganz neu, wir ganz allein sind's, die ihm Recht verehren, an seinem Tisch durch seinen Geist geführt, sollen sich die anderen bitte nicht beschweren. Dass ihnen Gottes Dasein nicht gebührt, wir ganz allein sind's, er in unserer Mitten. Die sein Mahl feiern, wie es sich gehört, wir ganz allein sind's, deren Heere bitten, kein falscher Zungenschlag, noch Jota stört. Wir ganz allein sind's, die die Predigt halten, vom Herrn geleitet, geistvoll und spontan. Wir ganz allein sind's, wir ganz allein sind's, die die Hände falten, wir bitten, dass er Recht uns segnen kann. Wir sind's allein, die richtige Lieder singen am rechten Platz und stets zur rechten Zeit. Drum kann es auch nur unserem Lob gelingen, sich fortzusetzen bis in Ewigkeit. Wir ganz allein sind's, wir ganz allein sind's, die von Totenwerken sich reinigen, wie es dem Herrn gefällt. Drum kann er nur uns Recht segnen, stärken und nur bei uns, liest man auf Boasfeld. Wir ganz allein sind's, die die Traditionen festsetzen in dem wahren Brüdergeist. Drum wird er auch gewiss nur uns belohnen, weil unser Tun nur Gottes Lohn verheißt. Ach, Brüder, sind wir wirklich noch die Armen, zu denen er sich einmal tief geneigt? Wir haben, wie haben wir vergessen, sein Erbarmen, dass er uns einst den rechten Weg gezeigt. Hat er vielleicht am Kreuz nur gelitten für Brüder, deren Hochmut ohne Maßen und die in sich jahrzehntelang zerstritten ein Schauspiel liefern voller Neid und Hass? Glaubt ihr, er gäbe nur denen seinen Segen, die reich sich dünken und sind blind und bloß? Meint ihr, er könnte nicht auf anderen Wegen sein Liebeswerk, sein Walten machen groß? Es ist wohl Zeit, dass wir uns neu besinnen auf altes, echtes, wahres Glaubensgut. Vielleicht lässt Gottes Gnad uns neu beginnen, ob er an uns, an dir, an mir dies große Wunder tut?